1. 2. 5. 5. 8. 10. 11. 15. 15. 16. 15. Die Maschine läuft eigentlich gut. Die ist auch noch gar nicht slide recht. Nein 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 ist ja nicht, lassen wir sie mal laufen. Vielen Dank. Jetzt muss ich die ganzen Karte schreifen. Das ist ja ein Züge, das ist sehr kompliziert genug. Das ist so wie bei der Kleinen, dass sie sagt, mach mal gut so da, tick, 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 oder so, ne? Ja. So, jetzt längs rechts ab.